Ja, servus, wir haben es heute Sonntag, kurz nach acht. Ich bin noch nicht allzu lange wach. Habe ich heute einfach mal Lust auf so ein gechilltes Video und ich möchte euch einfach ein bisschen was über das Elgato Stream Deck erzählen. Test wird es nicht direkt, weil das Ding eben schon vor drei Jahren rausgekommen ist. Im Prinzip von allen Streamern und Twitchern und so weiter zu Tode getestet wurde. Möchte ich euch einfach sagen, wie sehr das Ding mir das Leben erleichtert hat. Und dafür gibt es auch einen riesenherzlichen, mega fetten Dank an Elgato. Denn das ist im Prinzip nicht in Geld aufzuwiegen. Wobei, auf eine Art schon, denn die normale Version mit 15 Tasten kostet 140 Euro. Gibt es noch eine Mini-Version für knapp 95 Euro, die hat allerdings nur sechs Tasten. Das finde ich vom Preis-Leistungs-Wert nicht gut. Und vor allem kann man mit sechs Tasten, egal wie funktionell genial das Ding ist, nicht so viel anfangen, womit man das allerdings kann. Und das Ding hätte ich so gern. Oder vielleicht noch ein zweites, ist die XXL-Version für 230 Euro. Allerdings hat die 32 Tasten. Also wenn ihr mal auf den Geschmack gekommen seid mit dem Ding, dann könnt ihr nie genug Tasten haben. Und nie zu viele. Das ist einfach nur eine geniale Sache. Aber wenn ich schon von vielen Tasten rede. Ich benutze das Ding für OBS. Für meine ganzen Aufnahmen. Aber eben auch zum Beispiel für Dinge wie DaVinci Resolve. Für meine ganz normale Desktop-Nutzung. Und das ist eben das, was ich auch nochmal klarstellen möchte. Selbst wenn ihr das nicht zum Schneiden von Videos oder zum Aufnehmen von Streams usw. nutzen könnt. Selbst als normaler User müsst ihr dir meiner Meinung nach dafür Nutzen finden. Denn im Prinzip alles, was ihr am PC irgendwie per Keyboard, per Maus oder irgendwie Sonstiges macht, macht das Ding einfach leichter. Und ja, es ist nicht günstig mit 140 Euro. Glaubt mir, was ich schon an Zeit verschwendet habe. In eben günstiger versuchte Lösungen. Die 140 Euro, die hätten sich längst reingeholt oder irgendwie zurückgezahlt. Denn jetzt werden viele sagen, ihr könnt doch einfach die ganzen Hotkeys auf so ein Extra-Keyboard setzen. Mit Auto-Hotkey oder mit Lux-Tools. Viele benutzen ein Numpad. Und gerade Lux-Tools wurde ja zum Beispiel benutzt, um eben spezielle Keyboards anzusprechen. Von Microsoft Simulator nutzen und so weiter. Und ja, das alles funktioniert. Allerdings den kompletten Funktionsumfang eines Streamdecks werdet ihr nie bekommen. Ihr bekommt die Basisfunktion. Allerdings das Ganze so viel aufwendiger. Denn wenn ich einfach überlege, die Zeit, die ich reingesteckt habe, um erstmal rauszufinden, wie Auto-Hotkey überhaupt läuft. Wenn man es vorher noch nie genutzt hatte. Also wenn man zum Beispiel eine Taste drückt, das Auto-Hotkey was komplett anderes auslöst. Und da sind im Prinzip mit Auto-Hotkey, und das ist ein geiles Tool, nahezu keine Grenzen gesetzt. Denn ihr könnt sagen, ich drücke jetzt die Taste und dann wird eine ganze Pläthera von verschiedenen Aktionen ausgeführt. Coole Sache. Aber am Anfang gerade so kompliziert. Und ich hatte eben, bevor ich von Lux-Tools rausgefunden habe, eben immer eine Taste. Zum Beispiel jetzt die Taste benutzt für meinen Kamerawechsel. Aber das ist eben Space. Und wenn ich jetzt mit einem anderen Keyboard eben tippe, gerade in einem Stream und Space drücke, wechsle ich die Kameras. Also das war eine so nervige Sache, weil man eben gerade dann immer vor einem Video Auto-Hotkey aktivieren musste oder deaktivieren musste, das jeweilige Profil. Dann allerdings habe ich von Lux-Tools mitbekommen. Das heißt, dann kann ich sagen, nur dieses Keyboard, nur diese Taste, wenn ich eben tippe, macht ein Hotkey. Wenn ich das auf einer normalen Tastatur mache, passiert da nichts. Hat einiges leichter gemacht. Aber auch da muss man, weil man es nicht direkt Auto starten kann, eben jedes Mal das bestimmte Profil starten und Play drücken. Und ich möchte nicht wissen, wie oft ich vor einem Video das vergessen habe oder nach dem Video vergessen auszuschalten. Und dann macht das Keyboard auf einmal komische Sachen. Und diese ganzen Zeiten, die ich investiert habe in das eben Erreichen eines günstigeren Streamdecks, wie viele es immer nennen. So viel verschwendete Zeit. Und yes. Gucken wir uns das Ding mal kurz genauer an. Bevor wir allerdings eben dazu kommen, erstmal noch zu dem Stand. Das ist nicht das beste Ding. Also funktionell ist es okay, aber man hätte es ein bisschen besser lösen können. Denn ihr könnt hier zum Beispiel, habt ihr einen großen, die hohen Winkel erreichen. Dann gibt es eben noch, wenn ihr das eben nach hinten drückt, noch zwei kleine. Damit kriegt ihr die flacheren Winkel hin. Und das ist eigentlich alles so weit, so gut. Hätte ich es halt gern gesehen, dass diese Dinger, diese Nasen einfach nur einrasten. Denn ich möchte nicht wissen, wie oft, wenn ich eben zum Beispiel diesen höheren Winkel nutze zum Schneiden. Ich das Ding irgendwie greifen will und dann klappt das meistens nach hinten und dann kippt das Ding um. Klar, wenn ihr euch mal dran gewöhnt eine Weile, dann wisst ihr, wie ihr es greifen müsst. Dann wisst ihr, ich greife irgendwie vielleicht das Ganze oder irgendwie. Aber ihr müsst eben immer darauf aufpassen. Deswegen wäre es mir lieb gewesen, das so wie bei dem Handy-Stands zu haben, wo man einfach drauf drückt. Man hat den Winkel und das Ganze ist fix. Also das hätte besser gehen müssen. Und gerade bei einem Ding, das eben 140 Euro kostet und wo das mit Sicherheit die billigste Komponente ist, hätte ich es gern gesehen, wenn die vielleicht noch ein bisschen verbessert wurde mit der Zeit. Vielleicht in der Revision 2 oder nachträglich auch zum Kauf angeboten worden wäre. Weil es tut seinen Job, es ist okay, aber es hätte halt besser gelistet werden können. Back mit dem Ding kommen wir jetzt zu der Haupteinheit. Sauber verarbeitet. Gute Gummifüße rutschen nicht. Und dann eben das Herzstück eben selbst, die 15 Tasten mit eben Displays versehen. Die Tasten selber, gucken wir mal kurz, wie laut die sind. Also man hört sie schon, aber oft eben ist mir auch aufgefallen, wenn man nicht ganz mittig trifft oder so, dann klingen sie vielleicht ein bisschen anders. Möchte ich allerdings jetzt nicht drücken, um nicht aus Versehen irgendwas auszulösen. Aber man kann sie im Prinzip geräuschlos aktivieren. Und das ist eben gerade für mich in meinen Videos wichtig, weil früher war halt die Space-Taste bei mir zum Beispiel das Wechseln der Kamera. Und das hat man in jedem Video eigentlich schon gehört, egal wie leise ich versuche zu drücken. Vielleicht wenn man ein leiseres Keyboard findet. Und auch hier, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinen OBS-Ordner gehe, wenn ich Kamera wechsle. In einigen Videos, gerade wenn ich so drauf drücke, dann kann man es durchaus hören. Aber in den meisten Fällen, so dezent ist es mir aufgefallen, dann hört man da nichts von. Also die sind recht leise. Die Auflösung der Displays selber ist mehr als ausreichend, weil ihr könnt ja die ganzen Icons auch selber belegen. Auch selber welche kreieren, gibt es auf course an der Seite, die euch das ermöglicht. Aber ich habe einfach zum Beispiel jeweils auf Google nach Icons gesucht, zum Beispiel von meinem Keyboard, von meiner Kamera. Und dann ist das Ganze eben symbolisch. Es ist tausendmal besser als mit der Lösung. Denn hier möchte ich nicht wissen, wie oft ich irgendwie eine neue Taste programmiert habe. Und dann mitten in der Aktion denke ich mir so, welches war es? Ah ja, drei. Nur um herauszufinden, es war vier. Es gibt dann eben gerade sehr, sehr viele Leute, die sich da was draufkleben, wie das beschriften. Aber das sind alles so billige Behelfslösungen. Glaubt mir, ein echtes Icon ist tausendmal cooler. Vor allem, wenn es zum Beispiel eben meine eigene Kamera ist und eben so Dinge wie hier zum Beispiel. Das zeigt jetzt Tisch. Das heißt, ich nehme meinen Tisch jetzt auf. Drücke ich jetzt drauf, weiß ich eben anhand des Icons, ich nehme mich auf. Also ist mein Gesicht da. Drücke ich drauf, wie schön gesagt, das. Und zum Beispiel auch hier, das ist ein Rack. Das habe ich mir zum Beispiel erstellt, das Icon. Heißt, ich nehme meinen anderen Monitor auf. Das ist dann auch heller. Und die ganzen anderen Sachen. Also das ist ausgegraut, weil das ist noch aktiv. Drücke ich jetzt allerdings auf meine Kamera. Dann sehe ich meine Kamera. Und ich habe sogar eine Konfiguration gehabt. Das seht ihr jetzt allerdings nicht, dass ich eben zwischen zwei Kameras wechseln kann. Damit ich eben aber weiß, welche aktiv ist. Das habe ich aber, wie schon gesagt, einfach auf die Art umgebaut. Also ihr könnt es ausgegraut lassen. Weil es ist praktisch so immer, wenn die Taste aktiv ist, ist sie beleuchtet. Und wenn nicht, also nicht beleuchtet. Aber ihr könnt es eben auch einfach mit einem anderen Icon versehen, damit ihr genau wisst, welche Aktion läuft. Finde ich eine super praktische Sache. Zumal die Tasten zum Beispiel auch, das seht ihr hier jetzt schon aktiviert sind oder animiert sind. Denn so weiß ich, dass die Aufnahme läuft. Weil ich habe gestern schon einen Take aufgenommen mit 20 Minuten. Und nicht bemerkt, dass die Taste rot war. Das heißt, ich habe die Aufnahme nie gestartet und voll ins Leere geredet. Deswegen, auch das macht es hilfreich. Und die Icons eben, dass sie dynamisch sind, finde ich eine wirklich coole Sache. Würde ich jetzt allerdings eben noch kurz was anderes erklären. Ihr habt ja 15 Tasten. Ihr habt aber weit nicht nur 15 Optionen. Denn ihr seid ja nicht limitiert. Ihr könnt ja das jetzt zum Beispiel in einen Ordner erstellen. Dann hier einen Ordner. Auch in dem Ordner einen Ordner. Und dann eben einen weiteren Ordner. Für jeweils, ihr könnt allerdings auch Profile wechseln. Ich persönlich arbeite jetzt lieber mit Ordnern. Ist für mich praktischer. Aber ich habe das Ding auch knapp erst einen Monat. Ich glaube, ich muss noch viele Finessen lernen. Und die ganzen Tricks. Aber ich lerne immer was dazu. Und ich lerne eben immer irgendwas, was mir die Arbeit am PC noch mal praktischer macht. Möchte jetzt allerdings noch mal kurz auf OBS zurückkommen. Und euch eben zum Beispiel zeigen, wie ich nachher die ganzen Sachen nutze. Auch zum Beispiel am Desktop und so weiter. Ist das einfach eine coole Sache. Aber jetzt eben, dass ich eben auf Screen Capture wechsle. Und wir gucken uns jetzt einfach mal die Software an. Denn die ist wirklich sehr, sehr mächtig. Aber, und das ist eben das Wichtigste an der ganzen Sache. Und das alles, was ich übrigens bediene, seht ihr auch direkt auf dem Display. Das Geniale hier ist eben, dass alles so mega intuitiv ist. Denn ihr nehmt zum Beispiel einfach ein Icon. Ups, nicht mein ganzes Fenster. Da habe ich das falsch anvisiert. Und könnt jetzt das löschen. Dann einfach hin und her ziehen. Ihr könnt sie in andere Ordner kopieren. Ihr könnt Multiaktionen erstellen. Also, eure Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Das Ding ist so powerful. Und natürlich sagt ihr jetzt, ich habe einzelne Funktionen. Schön. Aber, ne, damit endet es nicht. Das Multiaktion ist eben wirklich das geniale Ding. Dazu komme ich allerdings gleich. Gucken wir uns aber erstmal kurz die ganzen Einzelaktionen. Also, ihr habt bei Game Captures hier, das seht ihr ja schon. Die ganzen Optionen, die ihr für Game Capture von Elgato braucht. Dann allerdings für OBS Studio. Für mich wichtig. Könnt ihr verschiedene Szenen direkt anwählen. Mixer Audio eben. Quellen muten. Direkt eben die Aufnahme starten. Den Stream starten und so weiter. Aber Quellen ist für mich wichtig gewesen. Also, zum Beispiel drücke ich da jetzt drauf. Und dann kann ich unten aussuchen, welches Gerät ich will. Ob es aktiv ist oder ob es eben nicht aktiv ist. Was man genau damit noch praktisch machen kann, sage ich noch. Dann eben Soundboards, eben Audio abspielen. Und zwar das Stream Deck. Das ist eben das Wichtige, um eben Multiaktionen und auch Multiaktionsschalter zu erstellen. Auch die Helligkeit könnt ihr damit jetzt ändern. Das kann ich euch hier mal zeigen. Also, hier könnt ihr sie komplett leise, äh, ja, leise, dunkel stellen oder auch hell. Helligkeit ist die Helligkeit. Okay, das passt. So, weiter geht's. Dann gibt's eben Streamlabs-Optionen. Wenn ihr das nutzt, Streamlabs OBS-System. Ihr könnt hier zum Beispiel einfach ganz normale Webseiten starten. Direkt einfach aufzurufen. Allerdings finde ich das jetzt nicht so praktisch. Habe ich, weil ich es von einem anderen YouTuber gesehen habe. Einfach mal probiert. Aber das habe ich recht schnell gesehen, dass das eine Verschwendung der Taste ist. Allerdings Hotkey absolut nicht. Also, Hotkey. Und dann könnt ihr hier jetzt im Prinzip den Namen vergeben. Auch noch eben die Schrift ändern, die Größe und so weiter. Wobei, dadurch, dass das alles Symbole beinhaltet, braucht ihr das in den meisten Fällen gar nicht. Und dann könnt ihr im Prinzip alles Mögliche an Makros da reinknallen, was ihr wollt. Mit Verzögerung und so weiter. Geniale Sache. Ihr könnt dann eben auch Programme öffnen, Text einblenden. Multimedia ist auch praktisch. Also, wie zum Beispiel hier. Könnt ihr Titel wechseln, Lautstärke wechseln und so weiter. Auch super praktisch. Natürlich, für die ganzen Twitch-Streamer gibt es viele hilfreiche Dinge. Twitter genauso, XSplit, YouTube, VoiceMod, Control Center, weil ihr könnt damit eben auch euer Elgato Keylight eben steuern. Euer Elgato Wave 3 oder eben aus 1er die Lautstärke Twitch Studio benutzerdefiniert. Und da ist eben der nächste spannende Punkt. Ihr könnt hier mit dem Ding, ihr seht es jetzt schon, noch weitere praktisch Skills oder wie man es nennen will, Actions eben nachladen. Da gibt es zum Beispiel Control Center für eben das Elgato Keylight. Dann gibt es VoiceMods. Da gibt es Twitch Studio. Wie auch hier zum Beispiel CPU. Das ist das, was ich hier habe. Zeigt mir meinen aktuellen CPU-Belastungsstatus an. Wirklich super praktische Sache. Dann eben eine analoge Clock rein, weil es eben ja auch animiert ist. Mic Mute, Audio Input oder Output. Philips Hue könnt ihr steuern, Shadowplay. Ihr seht es schon. Ich gehe jetzt einfach mal kurz durch. Hardware Info, Sound Deck. Also, da gibt es so, so viel. Und da gibt es bestimmt, vielleicht kommen auch noch ein paar Dinge dazu, die mir es nochmal leichter machen. Aber ihr seht es schon. Da ist ein Haufen dabei. Und dann eben der nächste Punkt, das wären diese ganzen Multi-Aktionen. Also, Multi-Aktionen funktioniert so. Ich gehe jetzt nochmal hoch auf. Wo ist es? Control, nein. Das finde ich immer auf die Schnelle. Das hätten sie ein bisschen offensichtlicher machen sollen. Wobei, eigentlich ist es das. Ich übersehe es noch. So, Stream Deck. Hier ist es. Also, nehmen wir jetzt eine Multi-Aktion. Ziehen die mal irgendwo rein. Löschen wir mal kurz hier was. Multi-Aktion. Jetzt kommt ihr in dieses Menü. Und jetzt könnt ihr im Prinzip mit einer Taste, wer weiß, was alles auslösen. Ihr könnt jetzt sagen, ich will eine Verzögerung. Ich will einen Alarm pausieren. Ich will ein Credit abspielen. Ich will eine Quelle ändern. Ich will eine Webseite anrufen. Also, so ein ganzes Szenario. Wenn ihr eben einer Seite da sagt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein... Dazu wechsle ich mal kurz. Wenn ich jetzt... Dazu müsste ich so wechseln. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video aufnehmen will. Und ich weiß, ich brauche dafür einen bestimmten Ordner offen. In einer bestimmten Position. Ich brauche OBS offen. Ich brauche meine Profile geändert. Ich brauche das und das. Nur einen Tastendruck. Das ist die geniale Sache hier. Denn zum Beispiel, wenn ich jetzt mal meins zeige für die XLR-Mikrofon. Oder für die Mikrofone allgemein. Das ist eine ganz banale Sache. Ich nehme einfach alle meine Quellen. Deaktiviere alle, bis auf die, die ich haben will. Und dann eben für das nächste Mikrofon das Gleiche. Und eben für das nächste das Gleiche. Denn was ich am Anfang gemacht habe, wo ich noch eben nach diesem banalen Prinzip hier gegangen bin. War so, dass ich mir jede Quelle auf eine Taste gesetzt habe. Wollte ich dann allerdings das Mikrofon wechseln, musste ich erst ja die Quelle deaktivieren und die andere aktivieren. Und es gibt mit Sicherheit Lösungen, eben zum Beispiel so eine Multiaktion auch in Form von Hotkey zu ändern. Aber das dann zu programmieren. Ihr braucht die Taste dann, das und das und das. Also ich möchte nicht wissen, Leute, wo es sich halt mit Auto-Hotkey besser hat können. Die haben das recht schnell gemacht. Aber hier, hier nehmt ihr halt einfach die Dinger, zieht sie rein, deaktiviert und aktiviert. Und die Sache hat sich erledigt. Das ist banal. Also das versteht jeder und einfach super praktisch. Zumal ich dann eben auch per Icon sichtbar war. Okay, das ist Mikrofon 2, das ist 3, das ist XLR 2, das ist 1. Das ist mein Standard-Mikrofon. Und dann gibt es eben noch die anderen Extra-Optionen, wie zum Beispiel, ich habe ja dieses, das muss ich jetzt allerdings nochmal so zeigen. Ich habe dieses Links 1 zum Beispiel. Ihr habt es ja gesehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ordner geöffnet haben will, da habe ich zum Beispiel meinen OBS-Ordner. Der öffnet jetzt, ja, ihr seht, hier. Allerdings habe ich eben eins links belegt. Das heißt, ich will auf meinem ersten Monitor links das Fenster haben. Da ist es jetzt auch. Allerdings eben immer das Aktive. Das war in diesem Falle eben OBS. Ich meine, die Gator-Software, denn ich muss das Fenster schon aktivieren und dann switcht es auch. Dann kann ich es eben auf 2 wechseln, weil ich habe nur bestimmte Positionen, die ich nutze. Und jetzt in dem Falle zum Beispiel drei Links. Und das Ding wäre, wie ihr sehen könnt, jetzt eben hier. Also meine Datei, die ich gerade aufnehme. Das ist eine wirklich praktische Sache. Und das Ganze könnte ich auch eben in eins verlegen. Dann zum Beispiel habe ich allerdings auch in dem Ordner noch einen Ordner, den ich eben für Tests brauche, wo ich bei Kameras eben verschiedene Funktionen brauche, wenn ich eben die Bilder miteinander vergleichen will. Und das ist eine so, so coole Sache. Und ich werde euch gleich auch noch zeigen, wie ich meine Sachen belegt habe. Einfach damit ihr mal eine Idee dafür bekommt. Ich habe ein anderes Video mal gesehen und da habe ich so ein paar Anreize bekommen, was ich damit alles machen kann. Aber ich glaube, jeder nutzt das Ding ein bisschen anders und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich das Ding nutze. Also das ist mein Hauptscreen. Da habe ich einen Ordner für meine Aktion, wo ich zum Beispiel jetzt im Desktop-Betrieb Sachen benutze. Dazu kommen wir dann auch noch ins Detail. Dann habe ich einen Ordner für meine OBS-Controls, also Aufnahmestarten. Zu dem kommen wir auch gleich noch. Dann eben für DaVinci Resolve. Das war so mein Hauptordner. Wie gesagt, es wird mit der Zeit noch so viel dazukommen, weil ich lerne jedes Mal so, nachher denke ich mir, ich muss immer das und das und das machen. Könnte ich mir doch eine Stream Deck-Kombo machen, die das per einer Taste erledigt. Aber jetzt nochmal zum Homescreen. Hier sehe ich meine Prozente. Hier, das werde ich nicht drücken, schalte ich meinen PC direkt eben ab. Dann kann ich meine drei wichtigsten Ordner, gerade für eben Videos und so weiter, eben mal Download oder Projector oder OBS-Ordner öffnen. Hier kann ich sie dann gleich positionieren, wo ich sie haben will. Und das Coole ist bei diesem Positionieren, ihr sagt ihm, welcher Monitor angesprochen werden soll und könnt dann genau die Größe auch des Fensters gleich einstellen. Weil oft ist es halt so, ihr startet eben per Windows Explorer euer Fenster und das hat dann irgendeine komische Größe. Auch die könnt ihr hier fixieren. Dann habe ich hier lauter und, ich meine heller und auch dunkler für das Stream Deck. Brauche ich nicht wirklich oft und da wird noch, wie gesagt, viel dazukommen. Gucken wir uns jetzt erstmal als den OBS-Ordner an. Also hier kann ich Aufnahme starten und stoppen. Hier komme ich in ein extra Profil für meine Bildervergleiche. Hier komme ich auf ein Profil, das meine Kamera ein bisschen näher heranzoomt. Das nutze ich allerdings meistens nur für Streams. Hier ein Screen Recorder. Das ist das Zeichen, dass jetzt jeweils eine Kamera aufnimmt. Und da sehe ich eben, welche ich mit aufnehme. Auch hier kann ich die Fenster ordnen und einfach brauche ich nicht wirklich oft. Deswegen habe ich das jetzt mal noch drin gelassen, einfach für den Fall. Hier wechsle ich auf mein USB-Mikrofon, mein Mac, also Standard-Mikrofon. Hier habe ich die Möglichkeit, Mikrofon 1 oder 2 von XLR auszusuchen. Und dann auch eben die Test-Mikrofon, wenn ich da welche vergleiche. Dann der nächste Punkt zum Beispiel, mein Standard-Ding. Da werde ich wahrscheinlich noch in Zukunft mehr addieren. Details, wenn ich einfach im Windows Explorer die Detailansicht haben will. Weil oft, wenn man eine bestimmte Datei reinzieht, ändert sich das. Aber ich denke mal, das wisst ihr ja selber. Also, ja, die Farben sehen hier übrigens deutlich dunkler aus. In Realität ist das nicht so kontrastlich. Ich weiß nicht, woran das von einem Lichteinfall liegt. Dann hier habe ich noch nichts. Und das ist eben die nächste coole Sache. Dadurch, dass die auch animiert sind und eben mehr dynamisch sind. Das ist jetzt das Zeichen, dass ich weiß, meine Lautsprecher sind an. Drücke ich allerdings drauf, sehe ich, jetzt ist mein Kopfhörer an. Und das habe ich mir allerdings auch direkt belegt. Also, ihr seht es auch schon, es ist jeweils auch ausgegraut. Also, in diesem Falle meine JBL Pebbles, die laufen. Und wenn ich dann das jetzt drücke, geht mein Addito Deck an. Da habe ich zwar eben auch noch andere Lautsprecher dran, aber so weiß ich immer auch, wenn ich direkt auch drauf gucke, welche Quelle ist aktiv. Normalerweise muss man das ja in Windows machen. Super coole Sache. Und hier sehe ich es ja auch. Einfach, einfach coole Sache. Dann Mute, Play und Pause, vor und zurück und eben auch die Ordner. Bei OBS habe ich es ja schon erwähnt. Bei DaVinci zum Beispiel. Hier öffne ich die Leiste für die Effekte, eine Transition, Details, Links, also das Verlinken von Dateien. In der Timeline eine Sekunde vor und zurück. Dann eben Timeline Scroll zwischen den Markern wechseln, direkt zum Anfang des Videos. Paste, Cut, Undo und Redo. Und da gibt es eben so, so viel coolere Sachen. Weil, wenn ich eben das Zeichen sehe, ich weiß, aha, das ist Marker, das ist zurück. Und ich habe die ganzen Keyboard-Shortcuts ja natürlich auch auf dem Keyboard selber. Aber da muss man teilweise immer ein bisschen gucken, kurz suchen. Aber hier sieht man es halt direkt. Dann habe ich hier noch OBS gestartet, hier die drei Ordner. Und das im Prinzip war es schon. Wie gesagt, da kommt, und da verwechsel ich jetzt nochmal mit Sicherheit in Zukunft noch einiges dazu. Man lernt jeden Tag neue Tricks. Und gerade, wenn man jetzt eben auch noch Twitch nutzt, was ja relativ komplex von der Bedienung sein kann. Oder auch Streamlabs, OBS und eben YouTube, Twitter, so, so viele andere Sachen. Dann gibt es da eine Verwendung für uns. Es gibt mit Sicherheit Leute, die einfach an sich nicht wirklich jetzt so diese Shortcut-Nutzer sind. Diese Hotkey-Nutzer und so weiter. Für die ist das Ding vielleicht nicht so praktisch. Aber ich denke mal, im Prinzip jeder, der gerade OBS nutzt, muss so ein Ding haben. Wer damit Videos schneidet, soll es haben. Ich weiß, es gibt Hardcore-Nutzer, die benutzen einfach nur ein Keyboard, haben da ohne Ende Shortcuts. Aber zum Beispiel gerade, ich glaube, Taren von Linus Tech Tips, der hatte ja anfangs diese zig Keyboards mit eben Tastenbelegungen. Das ist natürlich ein Hardcore-Fall. Der braucht extrem viele Tasten. Aber die meisten normalen Leute, die jetzt eben zum Beispiel mit DaVinci Resolve oder Adobe Premiere schneiden, ein paar extra Optionen, die eben nicht auf dem Keyboard drauf sind, sind schon sehr, sehr hilfreich. Und das Ding ist praktisch. Und gerade auch für die Medienbedienung, für das Wechseln von Quellen und so weiter, eine geniale Sache. Also, wie schon gesagt, einfach um das nochmal zusammenzufassen vom Anfang. Es ist nicht günstig, 140 Euro, weil rein die Hardware, ich weiß nicht, wie viel diese Displays mit den Tasten kosten. Aber der ganze Rest ist ja nichts. Okay, die Entwicklung der Software war wahrscheinlich gar nicht so billig, weil halt wirklich viel Integration drin ist. Ihr habt es ja schon gesehen, diese ganzen Extra-Tools, dann eben das Stand. Wie gesagt, den hätte man verbessern können. Aber es ist die Einfachheit der Komplexität, wenn man es so sagen will. Denn ja, ich kann so Dinge eben wie bestimmte Tasten wechseln, dass ich die Kameras wechsle, Videoaufnahme starte und so weiter, auch per sowas. Aber erstens, jetzt schon ist das eine noch billigere Lösung. Viele nutzen also NumPads mit 15, 8 Tasten. Aber dann habt ihr eben auch die Grenzen. 15 bis 18 Tasten. Hier natürlich deutlich mehr, aber ohne Beschriftung kommt ihr da nicht klar. Ist hier einfach nochmal der Vorteil, dass ihr die Tasten natürlich per Icons direkt erkennen könnt. Aber ihr habt hier Unterordner. Das wird mit wahrscheinlich normalen Keywords nichts und ihr seht halt auch immer, was zum Beispiel aktiv ist. Und das Ding macht ja auch mehr, als eben nur Hotkeys setzen oder bestimmte Funktionen ausführen. Das ist ja auch informativ. Denn zum Beispiel, wenn ihr Elgato Wave nutzt, könnt ihr damit sehen, welche Pegel ihr fahrt. Ihr könnt sogar Equalizer daran anzeigen, also den Frequenzspektrometer. Ihr seht eben Prozessorbelastung. Ihr bekommt auch sehr, sehr viele Informationen. Ich glaube, das ist zum Beispiel eine Sache, die viele irgendwie außen vor lassen. Und Leute, die es hier zum Beispiel nur nutzen für den Microsoft Simulator, die einfach nur viele Tasten belegt brauchen, viele Auktionen. Da ist das Ding nicht das Wichtige. Aber es ist mehr als nur, wie ich es eben früher gehört habe, einfach ein Hotkey-Generator oder einfach so eine Taste. Ich benutze das früher, habe das auch. Ja. Aber diese ganzen Informationen, die man optisch bekommt. Weil, was ich früher nie hatte, ist, wenn ich jetzt nochmal die Kamera wechsle, ich wusste früher, wenn ich irgendwie wechsle, zum Beispiel jetzt hier, ich habe nicht gesehen, dass das aktiv ist. Da musste ich eben auf den Bildschirm gucken. Und ich wusste nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel in dem Profil bin, kann ich jetzt, ihr seht es ja, jetzt passiert nichts. Ich wusste, wenn ich jetzt in meinem Hauptszenario für die Kamera wechsle, wusste ich nie, zeigt die jetzt auf mich oder zeigt die auf den Tisch. Und wenn ich dann zum Beispiel mich zeigen wollte und das eben nicht wusste, switch rüber und, uh, ups, zeigt er den Tisch. Ich wollte aber mein Gesicht, hier sehe ich es in vornherein. Und das sind diese vielen Kleinigkeiten. Und auf Dauer sind diese vielen kleinen Situationen, wo es einfach praktisch ist. Wo ich ja zum Beispiel nicht immer Lux-Tools starten muss. Wo ich nicht mehr auf Auto-Hotkey angewiesen bin. Wo ich auch nicht eben, wenn ich gerade Auto-Hotkey länger nicht benutzt habe und eine neue Funktion irgendwie einbinden will, mich wieder reinlesen will und so weiter. Also, die Zeit, das war verschwendete Zeit. Und die hätte ich eben, wenn man das, was ich nicht unbedingt kann als Hobby-YouTuber, in Geld umrechnet, das Ding schon längst wettgemacht. Also, ich habe mich jahrelang gesträubt und dachte, nee, nee, die günstige Lösung taugt. Ich war zu geizig, das zu zahlen. Aber jetzt im Nachhinein hätte ich es gemacht. Aber nochmal, wie gesagt, ein riesen herzlichen Dank an Elgato, dass ich von denen jetzt eins bekommen habe. Falls Sie mir noch eins zuschicken wollen oder noch eins, gerne. Oder auch ein großes, wie schon gesagt, ich kann da nie genug für haben. Aber zum Beispiel eben hier nutze ich es für das Videoschneiden. Und dann gehe ich darüber, ich meine, da fürs Videoschneiden und dann wieder OBS. Ich muss es immer hin- und herwechseln. Zwei wären praktisch, nee, aber das Ding ist cool. Ist teuer. Aber wenn ihr einer seid, der eben Multitasking macht oder sehr, sehr viele komplexe Bedienungen und so weiter, fast schon ein Muss, würde ich sagen. Deswegen hat es auch nahezu jeder YouTuber, Streamer und so weiter, wobei die es wahrscheinlich meistens gesponsert gekriegt haben. Aber die, die es gezahlt haben, ich glaube, die wissen es eigentlich schon zu schätzen. Ich weiß, es gibt zum Beispiel auch die Lösung, wo ihr das jetzt zum Beispiel am Handy nutzen könnt. Per Touch. Und es gibt auch alternative Apps, die eben nur vielleicht einen Bruchteil kosten. Vielleicht drei, fünf Euro habe ich so billige gesehen. Aber das Riesending ist halt da. Auch wenn ihr zum Beispiel die Originale habt von Stream Deck, die ich jetzt nicht unbedingt empfehlen kann, weil ich glaube, die kostet sogar monatlich. Ihr habt keine echten Tasten. Das ist der Riesenunterschied, weil ich habe schon früh gewusst, ich kann das per Touch erreichen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video aufnehme, ich habe das hier meistens außerhalb des Rahmens stehen und ich muss das blind bedienen können. Und da muss ich das ja tasten können. Meistens einfach ohne zu denken. Und das ist gewechselt. Aber wenn ich da jetzt ein Touchscreen habe, vergesst es. Nee, 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 nee. Es gibt nur das Original in drei Größen. Und ja, mehr gibt es nichts zu sagen. Video nimmt es sogar noch auf. Das ist für mich ein Riesending. Ich muss zwar persönlich sagen, dass die zwei Takes, die ich gestern aufgenommen habe, die leider nicht geklappt haben, besser waren als der hier. Aber der war ein bisschen chilliger. Denn ja, gestern habe ich schon gesagt, einmal Aufnahme nicht gestartet und das zweite Mal dazwischen, weil die Kameras überhitzt sind, eben auf meine XLR-Mikrofone gewechselt. Aber nicht drauf geguckt, ob die aktiv sind oder nicht. Übrigens noch ganz kurz zu diesen Multiaktionen. Es gibt auch Multiaktionen-Schalter. Das heißt, ihr habt ein komplettes Szenario auf einer Taste, drückt ihr die dann nochmal, ist ein komplett anderes Szenario, das aktiv ist. Also, ihr lernt immer was dazu. Und ihr findet immer was Neues, Praktisches. Deswegen, testen. Okay, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und jetzt drücke ich die Taste hier. Vielen Dank. Bye.